hallo leute und willkommen hier bei mi apple cat 13.2 ist draußen also geht es weiter mit ios 13.3 und der beta 1 die hat apple gestern veröffentlicht ich habe es natürlich mal runter geladen und hatte hier vor dem update noch 49,68 gigabyte frei und hinterher 50,11 also ein bisschen was wurde freigeschaufelt und das update war bei mir gerade mal 409,7 megabyte groß kommen von der ios 13.2 beta gut was war es denn 5 oder sowas auf jeden fall von der letzten beta von 13.2 und ja dann schauen wir jetzt mal drüber was gibt es denn hier so neues denn apple hat tatsächlich ein neues feature oder ein paar neue features und veränderungen hier eingebaut und dafür gehen wir mal in die einstellungen rein unter den punkte bildschirmzeit denn dort gibt es eine neue option und die nennt sich kommunikations limits konfiguriere beschränken basierend auf deinen kontakten also hier kann man noch mal jetzt limitieren was während der on screen und der off screen zeit passieren darf im rahmen von kommunikation also ihr könnt ihr noch mal einzelne kontakte auswählen werden das nur mit denen kommuniziert werden darf und das ganze auch für on und off screen zeiten und das wird sicherlich noch weiter ausgebaut werden das ganze und ihr seht schon die limite gelten für telefon facetime nachrichten und icloud kontakte bekannte notrufnummer dürfen immer angerufen werden das ist ja klar wäre sonst auch quatsch also ich denke hier werden sie noch ein bisschen daran arbeiten dass man das noch genauer einstellen kann aber interessant zu sehen woran sie hier arbeiten also an den beschränkungen gerade wenn eltern das für ihre kinder machen wollen um das ein bisschen mehr im griff zu haben was sie hier wie lange tun und vielleicht auch mit wem sie kommunizieren können ist das hier eine interessante geschichte also das wäre auf jeden fall schon mal neu dann ist mir noch was aufgefallen in dem batterie widget und zwar gibt es da neue icons ihr seht ihr für die airpods pro die waren glaube ich vorher noch nicht drin gewesen und jetzt kann man die hier schön erkennen dass hier die neuen airpods pro auch ihr icon im batterie widget bekommen haben dann soll hier das problem gelöst worden sein dass es nicht funktioniert dass wenn man hier musik auf dem iphone abspielt man kommt nach hause hat den apple home pot und hält dann das iphone nur über den home pot rüber und automatisch wird die musik vom iphone auf den home pot übertragen und der spielt dann weiter ab das sollte eigentlich unter 13 punkte zwei schon funktionieren tat es aber nicht und unter 13.3 soll das ganze jetzt behoben worden sein außerdem wird ein problem behoben unter 13.2 mit dem multitasking dass das ram management da irgendwie ein bisschen brutal zuschlägt also mir ist das heute morgen noch mal aufgefallen da bin ich die ganze zeit zwischen ebay und amazon hin und her gesprungen und dann war ich bei ebay und wieder bei amazon was schauen und die seite die ich bei amazon offen hatte die war jedes mal weg gewesen obwohl ich nur die beiden apps immer hin und her benutzt habe und das sollte natürlich nicht sein die apps sollen ja eingefroren und im hintergrund behalten werden und nicht direkt wenn man hin und her wechselt dann im hintergrund quasi beendet werden und das problemchen soll hier unter 13.2 auch behoben worden sein so richtig kann ich noch nicht bestätigen aber auch nicht leugnen also mir ist bisher noch kein abruptes beenden hier im hintergrund aufgefallen gerade wenn ich die beiden apps hier benutzt habe also ich glaube das haben sie endlich gefixt dann gibt es noch die möglichkeit hier diese memoji sticker aus der tastatur zu verbannen ihr kennt das ja sicherlich mittlerweile dass man dort seine sticker mit den eigenen im mode emojis würde ich aber sagen memojis dann machen kann aber wer diesen menüpunkt hier einfach gar nicht mehr haben will in der tastatur der kann in die einstellungen gehen unter allgemein und tastatur und dort gibt es ganz unten den punkt hier memoji sticker deaktivieren und dann werden die nicht mehr angezeigt also wer die nicht will kann sie jetzt verbannen bevor ich es vergesse werfen wir noch schnell einen blick in den geekbench und das hier sind die werte unter 13 punkte 3 beta 1 34 94 im single core und 6073 im multi core und wenn wir uns da die historie anschauen ja dann ist das ein klein bisschen weniger wieder geworden aber jetzt nicht dramatisch viel der unterschied also mehr oder weniger gar keine veränderung und last but not least schauen wir noch mal hier auf ein icon und zwar auf das apple watch icon dort ist jetzt die digitale krone innen drin silbern zu sehen und nicht mehr solide schwarz also das war sonst nur ein schwarzer punkt und hier sieht man jetzt eben ja dass das silbern ist denn wir haben ja natürlich das ekg feature hier bei der apple watch und das ist dann hier silber damit das auch alles leitfähig ist das haben sie jetzt hier dementsprechend angepasst und das waren sie die neuerungen die mir ja aufgefallen sind eine kleinigkeit hatte ich noch nach dem update hatte ich hier bei apple tv plus so ein benachrichtigungs icon und dann bin ich da drauf gegangen und habe dann diesen splash screen hier bekommen dass ich natürlich mal hier sieben tage kostenlos testen darf und da werden auch gleich hier die serien angezeigt dieses sie und for all mankind und die morning show und was es da so gibt die paar serien die sie haben ich habe es bisher noch nicht getestet ich warte noch ein bisschen bis noch ein paar schönere oder mehr inhalte drin sind und dann werde ich mir das auch mal anschauen so aber das soll es dann gewesen sein freunde das ist ios 13.3 beta 1 ich bedanke mich fürs zusehen und sage tschüss bis zum nächsten mal macht's gut bis zum nächsten mal